Was soll man sagen zum aktuellen Markt? Es ist schwierig, vor der US-Präsidentschaftswahl sich noch aus dem Fenster zu lehnen und schon zu sagen, ich weiß, wie das Ganze ausgeht. Insofern auch schwierig, da es noch nicht mal so sehr darauf ankommt, naja, das werden wir dann sehen, was heute Nacht passiert, sondern auch natürlich, wie es danach weitergeht. Wird das Wahlergebnis akzeptiert? Wie wird das mit der nachträglichen oder weiteren Stimmzählung aussehen, die ja teilweise noch über viele Tage sich verlängern kann? Und wird das Ergebnis tatsächlich akzeptiert oder gibt es tatsächlich dann Ärger mit den Proud Boys, die ja schon angekündigt haben, im Zweifelsfall hier aktiv werden zu wollen? Das klingt alles nicht wirklich gut, nicht alles im Sinne von, naja, dann können wir jetzt langsam loslegen, wir halten uns tendenziell ein wenig zurück aktuell. Das ist allerdings, lange Rede, kurzer Sinn, beim DAX gar nicht so notwendig möglicherweise, denn hier sieht das Bild eigentlich hervorragend aus. Wenn wir uns das mal hier anschauen, dann haben wir hier den Eindruck zumindest mal, dass tatsächlich diese Unterstützung, diese mehrfache Unterstützung hier Fibonacci Cluster, dass das hier tatsächlich hält. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie der ein oder andere sagt, ah, habe ich schon verpasst. Genau das ist die gute Nachricht. Immer wenn wir auf dem Chart gucken und sagen, da habe ich jetzt was verpasst, ist das eigentlich der erste Teil einer Bewegung, das, was wir als Eyecatcher einschätzen und wo wir sagen, wenn das zu sehen ist, dann sind wir eigentlich ganz glücklich, weil wir haben dann eine Richtungsentscheidung gefällt. Wer sagt, die Long-Seite, die habe ich jetzt hier schon verpasst, der hat sich theoretisch jetzt für die Long-Seite schon entschieden. Allerdings, jetzt brauchen wir einen Rücksetzer, wir brauchen einen Hinweis, dass die Gegenseite schwach ist. Vorsichtig, denn wir hatten in der Vergangenheit sowas durchaus schon mal. Denkt mal hier an diesen Anstieg beispielsweise. Aber die Gegenseite, die war dann wieder sehr stark. Auch hier hatten wir so pseudomäßig einen relativ guten Anstieg, aber die Gegenseite war sehr stark. Und deshalb ist es ganz wichtig, da gar nicht jetzt so traurig zu sein, dass man an der Stelle nicht dabei ist, sondern jetzt genau hinzugucken, ob der Markt dann diesen tollen Anstieg, den wir hier haben, irgendwann mal mit etwas sehr Wackeligen hier beantwortet. Oder eben, das kann auch eine typische ABC-Bewegung sein, die dann auch klar unterscheidbar ist, wenn man wirklich sagen kann, das ist was anderes. Nochmal kurzer Vergleich. Der Teil und der Teil, die sehen fast gleich aus. Das ist kaum zu unterscheiden, mehr oder weniger. Also wenn beide Seiten sehr ähnlich sind, sehr steil, dann halte ich mich da lieber zurück, weil ich weiß, dass da keine Richtungsentscheidung gefällt ist. Wir haben eine Vorentscheidung durch den starken Anstieg. Erst wenn das Teilstück noch kommt, blöderweise, ob das hier kommt, hier, 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 das wissen wir nicht genau. Das kann also noch ein bisschen dauern, bis das tatsächlich passiert. Aber wenn das passiert, dann haben wir einen guten Hinweis und dann wisst ihr, naja, eines der letzten Zwischenhochs, das bietet sich normalerweise für eine Trendfortsetzung erstmal an, die dann vielleicht sogar noch richtig weit geht. Ja, aber wie passt denn das zusammen? Den DAX soll man jetzt kaufen, aber in Amerika ist alles doof und unübersichtlich. Ja, tatsächlich muss man sagen, das ist natürlich ein Argument. Auf der anderen Seite, auch hier sehen wir, wenn wir den DAX mal vergleichen mit dem, was der Dow Jones gemacht hat, das Bild sieht hier ein bisschen anders zumindest mal aus. Und vom Nasdaq mal ganz zu schweigen, da ist das Bild ja komplett anders. Machen wir das mal hier raus im Moment. Aber da sehen wir, das Bild ist hier sowieso ein anderes. Das heißt, der amerikanische Markt und der deutsche Markt, die werden sicherlich nicht ganz komplett unterschiedlich laufen. Aber möglicherweise ist das, was sich dann hier irgendwie mal so äußert, in Amerika ein deutlicher Schub nach unten und bringt dann eben neuere Tiefs, die dann dann hier später dann wieder in die Aufwärtsrichtung münden, wo dann der amerikanische Markt vielleicht dann nur so ein bisschen hoch wackelt. Das ist noch nur Spekulation, aber ich gucke da immer sehr stark drauf, was wird hier geboten. Und ich sage mal, wenn es gar nicht realistisch ist, ja, dann werden wir wahrscheinlich hier sowas auch entsprechend bekommen. Was auch immer wir bekommen, wir werden da weiter ein Auge drauf halten. Natürlich, wenn möglich, wenn es sich ergibt, hier immer wieder ein Trade des Tages vorstellen mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Wenn ihr also Spaß und Lust daran habt, da mehr zu erfahren, mehr daraus machen zu können, meldet euch an. Es ist kostenfrei. Es wäre schade, wenn ihr das verpasst. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, eine angenehme lange Nacht mit Popcorn und wie auch immer ihr sie begehen wollt, vielleicht auch erst, dass man, naja, wahrscheinlich eh erst in den nächsten Tagen was sieht. Ich weiß nicht, ob man sich das wirklich die ganze Nacht antun sollte. Trotzdem einen wunderbaren Handelstag vorher, den wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal.